Was geht Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr am Titel schon erkennen könnt, werde ich heute beim PSG Cup auch mitmachen und ich würde sagen, wir switchen mal zu Boisers rüber. So, da sind wir auch schon. Wie ihr sehen könnt, hat das Turnier angefangen, der PSG Cup. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal. Ich mache es jetzt mit Randoms. Ich habe jetzt gerade keinen gefunden aus meinem Club. Beziehungsweise, alle haben es schon gemacht und ich bin so ein Späze und dann komme ich damit jetzt erst. Und ich würde sagen, wir starten in die erste Runde rein. Mit Shelly. Let's go. Oh mein Gott. So, mit Randoms spiele ich jetzt. Das Ding ist, Leute, ich bin wirklich nicht gut in Brawl Ball. Wirklich nicht gut. Guck mal, ich bin hier schon tot, wenn ich nicht mal irgendwas drüber kippe. So, was? So. Ich bin überhaupt, ich bin richtig schlecht im Fußball, Leute. Wir sind Ballbar auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt, wir machen hier schon das erste Tor. Toll! Richtig. Wie peinlich. Erste Runde, er ist mir richtig reingeschossen. Runde, er ist mir richtig reingeschossen. Ruch. Ruch. Was war das? Wo ist der Ball? In der Mitte. Die Leute, warum muss es denn Brawl Ball sein? Wie so eine Michiowelenjagd oder so. Warum das? Okay, es ist Fußball. So ein Fußballteam, ne? PSG. Oh, das habe ich gesagt. Dann sterbe ich fast. Warum sagt ihr noch nicht? Ja, aber. Oh man, Leute, noch eine Minute. Das liegt doch so auf, ne? Ah, Mann. Komm nicht mal zum Ball ran. Was, ich habe auch irgendwie ein richtig komisches Teammate. Zum Beispiel, was macht die hier unten? Ja, toll, Alter. Was bringt uns das, wenn du das da unten verteidigst, aber uns oben nicht hilft? Wenn dann nämlich wir hier jetzt einfach reinlaufen. Nachdenken. Kiefer ist auch nicht besser, aber trotzdem. Es macht keinen Sinn, vor dem Tor stehen zu bleiben im Torwarte. Erste Runde haben wir hochhausverkackt. Ich will jetzt mal einen anderen Teammate, also einen anderen. Ich nehme jetzt mal. Boah, wen nehme ich? Ich habe Bock auf Bock. Let's go. Zweite Runde. Ich werde sowas von nicht gewinnen. Nein, nein, nein. Wenn es ja jetzt schon so läuft. Oh, der ist schön. Oh mein Gott, sie hat mich direkt geholt. Huh. Echt, ey. Übrigens, Leute, morgen kommt ein Megabox-Opening auf meinem Kanal online. Deswegen seid gespannt. Huch. Was ist mir passiert? Bin ich direkt hochgenommen. Aber was macht mein Team? Was machst du? Mach Däufer, da ist Dora. Wir gucken vier Leute zu. Das setzt mich ein bisschen unter Druck. Ein bisschen. Huch. Oh mein Gott. Mein Touch. Aber das Ding ist, ich habe auch so lange Nägel. Es nervt mich, das mit denen auf dem Himmel zu spielen. Toll. Kein Sinn. Kein Sinn. Einfach kein Sinn. Gar keinen Sinn gerade gewesen. Toll. Toll. Hol den Ball und mach ihn rein. Einfach reinlaufen. Einfach reinlaufen. Ich will nicht noch eine Runde verlieren. Boah, ich hasse Fußball. Ich spiele das so selten bei Ballstars. Das ist ehrlich. So eine Map, die ich so. Ich spiele so. Ich habe mich noch nie für Fußball interessiert. Und das ist bei Ballstars, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht anders. Also ich liebe Ballstars. Ich spiele auch Ball, Ball mit Dennis. Aber ich spiele nie Ballstar. Also Ballball alleine. Also so. Weißt du, was ich meine? Allein, allein. Nur wenn Dennis sagt, ja, spiel mal mit mir. Also Ball, Ball. Oh, wie sieht das denn, wie er heißt? Was ist denn da? Scheiß. Das ist ein bisschen, ne? 15 Sekunden. Ja, toll. Die haben das erste Tor gehabt. Ja, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Oh mein Gott. Wir haben noch das Tor geschafft. Die letzten drei Sekunden. Wunden, wunschieben. Ah ne, Verlängerung. Doch nicht. Das ist wunentschieden. Entschuldigung. Jetzt bin ich ja in der Reihe. Sie werden es immer wieder an. Uh. Zweite Runde haben wir jetzt endlich gewonnen. Nachdem ist so lang. Ich weiß nicht, ich bin Starplayer. Ich habe mich geehrt. Dankeschön. So, zweite Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen. Mega. So. Direkt. Ich mache es direkt nochmal weiter. Wenn es gerade so gut läuft. Sag mal, ich schleife, nicht unterbrechen. So. Dritte Runde. Schreibt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare, ähm, wie weit ihr gekommen seid. Bei dem, ähm, Cup hier gerade. Bei dem Turnier. Würde mich auch mal interessieren, wie weit ihr gekommen seid. Oder ob ihr auch so abloost wie ich gerade. Wie ihr sehen könnt. Ehrlich. Nur bei so wichtigen Sachen scheiße ich dann rein. Und wenn es nicht wichtig ist, bin ich gut. Oh. Oh, ich geh zurück. Okay. Sie rennt mit Ball, passt in ihr eigenes Tor. Oh, ich geh zurück. Ja, perfekt. Toll, beide Teemates tut. Ja, moin. Such die Franks gegeneinander. Oh, ja. Oh, ich muss mich konzentrieren. Ich bin nicht gut da drin. Ich dachte, ich kann reinlaufen. Aber die haben mich echt... Mach doch was. Die waren alle... Ja. Ja. Ja, ja. Das ist toll. Jo. Nice. Nice. Genauso. Oh mein Gott, was meine ich gerade für Geräusche? Ich freue mich einfach nur. Das will nicht komplett rein scheißen. Noll. Weg. Rein in die Olga. Ist das nicht wohl weggeultiht? Zweite Runde haben wir verloren. Also dritte Runde. Erste haben wir verloren. Zweite haben wir gewonnen. Dritte Runde haben wir verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir dürfen einfach nur noch zweimal verlieren, Leute. Nee. Nochmal. Wer fühlt mit mir? Vor allem, wenn man mit Wernens spielt, ist man ein bisschen kritischer, ne? Oh man. Jetzt lass den da nicht rein. Huch. Wo bin ich denn jetzt gesprungen? Gar nicht, Jack. Hoppala. Damit er mir ein paar Bomben geholt. Oh. Was stehst du hier? Steht der da? Wartet auf eine Einladung oder was? Oh. Das war richtig unnötig, du. Ich geh gerade. Oh man. Der kann doch nicht einfach... Was steht hier die ganze Zeit? Luck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn gehalten. Habt ihr das gesehen? Ich hab ihn noch gerade so gehalten. Kann mal jemand diese Bombe ausmachen? Nein. Oh mein Gott. Ich war grad voll laut, oder? Sorry. Das war so knapp. Echt. Ich hasse es, wenn ich die Runden so lang ziehe. Ich hasse es mit Verlängerung. Kann es ja mal schnell gehen. Zack, zack, zack. Easy, fizzy. Hauptsache, Ball weg von unserem Tor, ne? Ach, maaann. Beruhig dich, Cindy. Beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig, 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 beruhig. Beruhig uns hier alle. Beruhig uns hier. Beruhig. Beruhig. Beruhig uns hier. Nein! Ohne Sinn hat er das Tor. Ohne Sinn. Was macht dieser Bär? Ich schwöre, ich hab so ein unfähiges Kind, wie der spielt gerade. Da bin ich sogar besser, als obwohl ich richtig schlecht bin. Schaut euch das mal an. Leute, ich werde dieses Turnier nicht gewinnen. Ich geb gleich auf. Leider machen. Boy Girl Army ist raus. Echt. Noch einmal dürfen wir verlieren, dann sind wir raus. Kurze Schweigeminute. Mit wem spiele ich jetzt? Ich hab keinen Bock mehr auf ihn. Ich geb auf. Ich mach gar nichts mehr. Ich spiel mit Ems. Ich hab Reden immer hier. Bup, bup. Oh. Und nochmal. Bup, bup, bup. Nice. Ist doch schon viel geiler aus dem Gold hier. Nehmen wir einmal Ems jetzt. Let's go. Ich würde jetzt sogar schon sagen, letzte Runde mit Ems, weil wir diese Runde vielleicht wieder nicht schaffen werden. Ich hab vielleicht vorher üben müssen, Boy Boy ein bisschen, aber... Ich weiß nicht. Es liegt nicht daran, dass ich mich bin. Ich mag einfach den Recken. Ich war super. Wo ist mein Teammate? Wo ist mein Teammate? du Käse? Wir haben den Teammate. Hoine und crapp uns. Oh mein Leut. Hoino, hoino. Hoino, hoino, hoino. Hoino, 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 hoino. Und das einfach fress instructions- Ey Leute, wir verdienen die Gefühle von dem Noahs-Ball hier, die sind immer wieder weg. Was war das denn? Lol. Kann ich einmal einen Tor machen? Wie ist das so ausgehen? Oh? Wo ist das? Keiner werden im Wald. Ich hab schon keine Lust mehr. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend. Nein, 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 nein! Echt? Okay, ich hab auch das richtig geglaubt. Ach so. Das ist so ein Punkt. Wie will ich mal das machen? Das? Das ist so ein Punkt. Oh mein Gott, ich hab jetzt geworfen. Oh mein Gott. Das ist so ein Punkt. Das ist so witzig. Ja, ich weiß nicht, was es dazu noch zu sagen gibt. Ich bin raus. Hier, Herausforderung vorbei. Mehr Glück beim nächsten Mal. Echt, Leute, wir haben es leider nicht geschafft. Also, ich habe es leider nicht geschafft. Schreibt ihr mal gerne in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Würde mich mega interessieren. Wie gesagt, und wie ihr gesehen habt, hatte ich jetzt nicht so viel Glück, leider. Aber ich muss zugeben, ich bin generell nicht gut im Ball-Ball. Deswegen halte ich mich da eh so raus, wie ich war. Aber meine Teammates waren auch teilweise wirklich scheiße, wie ihr gesehen habt. Teilweise haben sie nur im Tor gehangen, waren weg und keine Ahnung was. Schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Das ist halt nicht zu gemein. Ansonsten, oh mein Gott. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben auf jeden Fall da. Beantwortet meine Fragen gerne in die Kommentare. Ich bin auch in den Kommentaren aktiv und antworte auf den einen oder anderen Kommentar. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich auch freuen, wenn du das einmal tun würdest. Das ist kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Ball-Stars-Video. Eure Ball-Girl. Und bis morgen. Tschusen. 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 Tschusen.